Asla lag mit offenen Augen auf ihrer Schlafstätte. Sie starrte auf den Herd, dessen Glut die Umgebung in einen schwachen, rötlichen Schein tauchte. Hin und wieder züngelte eine gelbe Flamme aus der glühenden Kohle und spendete für einen kurzen Moment dem ganzen Raum ihr mattes Licht. Dann warfen die hölzernen Säulen, die das Dach der großen dreischiffigen Halle trugen, lange, blasse Schatten an die Wand. Nur nicht einschlafen, mahnte sich Asla. Noch waren ihre Eltern wach. Sie musste geduldig sein. Erst wenn ihr Vater mit seinem gleichmäßigen Schnarchen beginnen und ihre Mutter nicht lange danach, so als hätte sie nur auf das vertraute Signal gewartet, selig darin einstimmen würde, durfte sie ihre Flucht wagen.